Mordler, was bringt gleich in die Halle? Das ist also kein Match. Wir unterstützen die VEU natürlich. Wir kommen von Fraßstands oder Herzen um das ganze Ambiente genießen. Sind Sie das erste Mal hier? Oder sind Sie schon öfters Tag hier? Ja, ich bin ja das erste Mal. Wir hoffen natürlich auf ein spannendes Match. Das Bier haben Sie nicht vergessen, oder? Nein, nein, natürlich nicht. Das ist genug für alle da. Und einen Tipp für heute Abend? VEU? Natürlich. So gerne hätten die drei Schwestern von VEU-Sponsor Fraßtanz am Samstagabend in der Varlberghalle zum Jahresabschluss noch einen Sieg im International-Spitzenspiel gegen Neumark gesehen. Es wurde aber, wie bereits bekannt, leider nichts daraus. Denn die knappe, aber schmerzliche 5-zu-6-Niederlage hatten sich die Crackzone-Coach Milos Holan eigentlich fast selber zuzuschreiben. Das erste Drittel wurde einfach verschlafen. Von Beginn weg musste man einem Rückstand nachlaufen bzw. fahren. Und so stand man am Ende im Schlager vor 1500 Fans mit leeren Händen da. Ja, war bitter. Wir haben leider das erste Drittel richtig verschlafen. Da waren wir drei ins Hinter. Im zweiten Drittel sind wir super zurückgekommen. Wir haben ein super Drittel gemacht. Es ist, glaube ich, ein ins Einsatz gegangen. Ja, und dann haben wir auch noch, ob der Anschluss gleich gemacht, haben wir wieder zwei Blöde gekriegt. Und das war halt schade, dass es mit dem Schluss nicht ganz gereicht hat. Aufgedreht hat die VU im letzten Drittel, als es bereits 3-zu-6 stand, dann doch noch. Aber wie erwähnt, mehr als der Anschlusstreffer zum 5-zu-6 durch Winzig war nicht mehr drin. Trotzdem, es war ein richtiges Schlagespiel und die Zuschauer sind mit elf Toren voll auf ihre Rechnung gekommen. Das macht Lust auf mehr. Wir haben gewusst, es ist ein richtiger Playoffspiel, schon ein Vor-Playoffspiel. Weil sie haben auch noch eine Chance, vor der Top 5 zu kommen. Und genau da sind sechs Mannschaften einfach, die eigentlich in der Top 5 mögen. Und dann haben wir jetzt so eine Partie gesehen. Torschütze Patrick Mayer fühlt sich hat die Atmosphäre und dem Umfeld in Vellkirch richtig wohl. Wie hat es dir so getaucht, dieses Jahr mit dem VU zum Spieler? Ja, mir hat es sich richtig getaucht. Endlich wieder mal in der Heimat zum Spieler. War richtig schön. Ja, und das, was uns so gut läuft, ist natürlich noch umso schöner. Und ja, ich bin richtig zufrieden da. In der Tabelle geht die VU als Zweiter in das neue Jahr. Was ja gar nicht so schlecht erscheint. Denn so hat man gleich ein Ziel für 2014. Und das lautet, so schnell wie möglich wieder auf Position 1 zu klettern. Und Daniel Fekete möchte den Fans auch noch was sagen. Jetzt haben wir ein neues Jahr, ein neues Glück gehabt. Und ich wünsche mir allen Zuschauern allem ein gutes neues Wünschen.